Und bevor wir unsere heutige Übung fortführen mit 20 Minuten Blissful Meditation, habe ich hier noch etwas Neues für euch, und zwar die Elon Musk. Sissi? Oh mein Gott, du bist es wirklich! Wie lange ist das jetzt her? 15 Jahre? Du erinnerst dich doch an mich. Ja. Ohne sie kann ich mir mein Leben gar nicht vorstellen. Neulich erst musste ich an dich denken und jetzt stehst du hier. Heute ist die Verlobungsparty. Du musst kommen. Und was bist du? So eine Art Model? Nein, garantiert nicht. Sie ist Influencerin. Influencerin? Dann eher eine Mental Health Aktivistin. Tut mir leid, aber ich glaube, das Ganze entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Diese Bitch versuchte mich umzubringen. Ich bin keine Sissi! Das ausgerechnet Sissi über psychische Gesundheit predigt. Hey, Cecilia. Was bezweckst du damit? Einen Imagewechsel? Wenn wir um uns herum mit irgendetwas einen Kreis bilden, bilden wir damit um uns herum gleichzeitig eine unsichtbare Grenze. Und nur wir können diese Grenze übertreten. Das ist ein sicherer Raum für uns, den wir niemals, wirklich niemals verlassen müssen. Hey, Freunde! Cecilia ist, weiß Gott, nicht so ein Herzchen, wie ihr denkt. Ich werde geliebt. Ich bin etwas Besonderes. Ich genüge mir. Es sollte nur uns geben, mich und Emma. So habt ihr mir es abgemacht. Nur uns. Halt bitte hier an! Ich gebe mein Bestes. Scheiß, André! Oh! Ich bin川in. Ich bin mir das. Ich bin mir im Hyder посache. Ich bin der Seine überflüssig. Ich bin der Seine überflüssig. Ich bin der Seine Ich bin der Seine Ich bin der Seine